Das ist ein ganz modernes S-Bahn-Fahrzeug, Durchgängigkeit durch die Wagen, man kann also durch den ganzen Zug hindurch gehen. Es ist klimatisiert, wir haben ein sehr modernes Fahrgastinformationssystem. Es ist sehr leise und fährt sehr ruhig, also ich glaube, die Fahrgäste werden sich hier wohlfühlen. Der neue Zug fährt sich sehr gut, insbesondere jetzt bei diesen herbstlichen Witterungsbedingungen, wo die Schienen auch gerne mal rutschig sind, können wir im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen sehr gut anfahren und auch bremsen. Untertitelung des ZDF, 2020